Appassionata ist zurück mit der neuen Show im Licht der Sterne. Fesselnde Stunts sowie einmalige Freiheitsdressuren nehmen sie in über 30 europäischen Städten mit auf eine traumhafte Reise. Maike Arnason, Chefin des Teams Island, weiß, warum diese Show so einzigartig ist. Also die Appassionata ist eine Familienunterhaltungsshow mit Pferden, Tänzern, toller Musik, allem drum und dran, was man eigentlich braucht, um tolle zwei Stunden zu verleben. Und dieses Jahr haben wir eine ganz besondere Show mit vielen Highlights, mit vielen Stars aus der Pferdewelt. Und ja, es erwartet einen eigentlich zweieinhalb Stunden. Tolle Unterhaltung für jeden ist was dabei. Da sind Trickreiter, die Action machen für den Papa und tolle Ponys für die Kinder. Und ja, für jeden aus der Familie ist eigentlich was dabei. Über 40 Pferde können sie in den zwei Stunden bewundern. Darunter Friesen- oder Shetland-Ponys. Die Island-Pferde von Maike Arnason stechen hierbei besonders hervor, durch ihre ganz spezielle Gangart. Jedes normale Pferd geht halt Tratschritt und Galopp. Und die Isländer haben halt noch ein bis zwei Gangarten mehr. Das ist einmal der Tölt und der Rennpass. Und der Tölt ist eine sehr bequeme Gangart, die auf Island entstanden ist oder die seit Jahren eigentlich in Island weiter gezüchtet wird. Isländer sind reinrassig seit über tausend Jahren. Und es ist einfach eine bequeme Reisegangart, aus der sich heraus dann auch eine Sportdisziplin entwickelt hat. Und ja, früher hatten alle Pferde Tölt. Das ist nur bei den meisten anderen Rassen einfach weggezüchtet worden im Laufe der Zeit. Und Isländer sind halt immer noch die Urpferde, die das immer noch in sich erhalten haben. Die Arbeit mit den anmutigen Vierbeinern braucht jedoch viel Geduld. Es ist ganz unterschiedlich, was für Probleme auftreten können. Die Pferde sind natürlich alle in ihren Grunddisziplinen schon sehr weit ausgebildet und müssen einfach diese Grundlagen natürlich aus dem FF beherrschen. Dann kommen natürlich andere Komponenten dazu wie Musik und Licht und Spezialeffekte wie Nebel. Die Islandpferde laufen zum Beispiel mit Wunderkerzen an den Beinen. Und da gehört dann einfach Training dazu und die Pferde mit viel Geduld und liebevoll daran zu führen, dass sie halt dem Reiter vertrauen und keine Angst vor diesen ungewohnten und nicht ganz alltäglichen Dingen haben. Dieses Jahr erhielt Appassionata den Show-Oscar in der Kategorie Beste Show 2010. Eine Auszeichnung, auf die das ganze Team sehr stolz ist. Um auch weiterhin einen so großen Erfolg beim Publikum zu haben, ist bereits das nächste Programm in Planung. Wir haben jedes Jahr ein neues Programm und wir sind jetzt angefangen mit der Licht-der-Sterne-Tournee im Anfang November und werden jetzt dieses Programm spielen bis Anfang Juni 2011. Und die Entstehung der nächsten Appassionata, Appassionata 9, ist schon in vollem Gange. Die Show werden heißen gemeinsam bis ans Ende der Welt und auch da sind schon, ja, die ganzen Ideen werden jetzt schon gesammelt. Es wird schon fleißig Musik komponiert, es werden sich neue Bilder ausgedacht. Also es ist wirklich schon mitten im Gange, damit auch nächstes Jahr die Appassionata-Tour weiterlaufen kann. Wenn Sie diese mitreißende Show live erleben möchten, haben Sie vom 25. bis 27. Februar in der Festhalle Frankfurt Gelegenheit dazu. Vielleicht wäre dies ja auch das passende Weihnachtsgeschenk, mit dem Sie Ihre Familie überraschen. Nathalie Leinekugel für Radio Fortuna.